Danach hat sie mich in Ruhe gelassen. Die Leute haben mich einmal gesehen und haben sofort irgendeine Vorstellung im Kopf. Ich habe schon immer gerne solche Musik gehört. Ich habe mir vor kurzem ein neues Piercing machen lassen. Der Kollege der anderen Firma hat mich hereinkommen sehen und dachte zuerst, dass ich die Assistentin bin. Als er mich so hat reden hören, war er sehr überrascht. An seine Grenzen gehen und extreme Erfahrungen machen, das ist heutzutage ein großer Trend. Aber warum tun wir das? Warum lieben wir die Gefahr und das Risiko? Das ist das Thema unserer heutigen Sendung Nachgefragt am Nachmittag. Unser erster Anrufer, der uns etwas über seine Extremerfahrungen erzählen wird, ist Valentin. Valentin, du machst mit deinen Freunden jedes Jahr bei einem extremen Hindernislauf mit. Mich erinnert das irgendwie an den Sportunterricht in der Schule. Was ist daran extrem? Der Lauf ist anstrengender, als man im ersten Moment denkt. Man läuft 13 Kilometer und muss es dabei über 25 Hindernisse schaffen. Zum Beispiel an einem Seil hochklettern oder durch einen eiskalten Fluss schwimmen. Aber eigentlich geht es viel mehr um die Gruppe, um den Spaß im Team. Wir wollen gemeinsam ans Ziel kommen. Das ist das Wichtigste für mich bei diesem Sport. Deshalb mache ich das. Okay, das klingt doch extremer als Sportunterricht. Hat sich durch dein Hobby eigentlich auch dein Alltag verändert? Gute Frage. Naja, ich bin natürlich insgesamt fitter. Ich gehe öfter zu Fuß und nehme seltener den Fahrstuhl oder den Bus. Und durch meine Erfahrungen beim Hindernislauf habe ich gelernt, allgemein besser im Team zu arbeiten. Ich denke, ich bin teamfähiger geworden. Das merke ich auf der Arbeit. Danke, Valentin. Jetzt sprechen wir mit Özlem. Sie ist Ärztin in einem Bielefelder Krankenhaus und kennt die Gefahren, die extreme Sportarten mit sich bringen können, aus dem Beruf. Sie behandelt täglich Sportverletzungen und Knochenbrüche. Özlem, du selbst gehst gern Bergsteigen. Warum macht ausgerechnet eine Ärztin so eine gefährliche Sportart? Aus meiner beruflichen Erfahrung weiß ich, dass die meisten Unfälle im Haushalt oder mit dem Auto passieren, also bei ganz alltäglichen Situationen. Natürlich geht man beim Bergsteigen auch ein Risiko ein. Aber wenn man richtig vorbereitet ist, ist das Bergsteigen sicherer als viele denken. Und es ist einfach super schön. Es gibt nichts anderes mehr als den Berg und dich. Du denkst nur noch daran, wohin du deine Hand oder deinen Fuß setzt. Der Kopf ist völlig frei von den alltäglichen Sorgen. Für mich ist es nicht so sehr das Risiko, das mich motiviert. Es ist vor allem dieses Gefühl von absoluter Freiheit. Ich liebe dieses Gefühl. Und wenn ich nach einem Kurzurlaub in den Bergen zurück ins Krankenhaus komme, bin ich konzentrierter und habe mehr Energie bei der Arbeit. Das kann ich mir gut vorstellen. Danke Özlem und viel Spaß in den Bergen. Es gibt auch Menschen, die sich freiwillig mit einem Seil am Fuß von einer Brücke stürzen. Wir sprechen mit Oliver, Angestellter bei einer großen Bank. Er macht seit mehr als zehn Jahren begeistert Bungee Jumping. Oliver, was ist dein Grund? Das Risiko oder das Gefühl von Freiheit? Es ist beides. Beim ersten Mal hatte ich viel mehr Angst, als ich dachte. Aber dann bin ich gesprungen. Einfach ins Leere. Auch danach war ich noch mindestens eine halbe Stunde super aufgeregt. Mein Herz ging schnell und meine Knie zitterten. Aber der Kick und das Freiheitsgefühl waren wunderbar. Ich hätte nicht gedacht, dass es sich so intensiv anfühlt. Seitdem springe ich regelmäßig. Und würdest du auch sagen, dass dein extremes Hobby positive Folgen für deinen Alltag hat? Auf jeden Fall. Ich denke, ich bin insgesamt ruhiger und weniger nervös. Ich mache mir nicht mehr so viele Sorgen. Ich glaube, wenn man in seiner Freizeit öfter mal ein Risiko eingeht, fühlt man sich allgemein im Leben sicherer und hat weniger Angst. Ich kann das nur empfehlen. Vielleicht hast du recht, Oliver. Aber wir sind sicher nicht alle mutig genug, um uns an einem Seil aus einem Flugzeug oder von einer Brücke ins Leere zu stürzen. Das muss aber auch nicht sein. Extreme Erfahrungen kann man auch machen, wenn man ein paar Tage in den Wald geht und einfach nichts mitnimmt. Sophia, du bist Coach und Pädagogin und bietest Überlebenstrainings im Wald und in den Bergen an. Wie können wir uns so einen Kurs vorstellen? Was passiert da? Hallo. In den Kursen geht es vor allem darum, Fähigkeiten zum Überleben in der Natur zu entwickeln. Das können die meisten von uns gar nicht mehr. Also zum Beispiel, wie man Feuer macht, wie man ohne GPS und Google Maps den Weg findet oder wie man sich aus dem, was es im Wald gibt, einen Schlafplatz und Schutz vor Regen baut. Und wer nimmt an diesen Kursen teil? Stimmt das Stereotyp von den gestressten Managern, die im Wald an ihre Grenzen gehen wollen? Ja, tatsächlich. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer sind im Beruf Geschäftsführer oder in hohen Managerpositionen. Aber auch andere Menschen machen mit. Leute, die einfach mal ein Abenteuer erleben wollen. Manche glauben, dass sie maximal einen Tag im Wald leben können. Aber dann schaffen sie es doch länger und nach drei Tagen haben sich die meisten an das einfache Leben gewöhnt. Ich finde, das Schönste ist, dass wir im Wald merken, wie langsam das Leben sein kann. Wir fühlen uns oft freier, ohne die vielen Dinge, die wir im Alltag besitzen. Viele sagen nach dem Kurs, ich hätte nicht erwartet, dass ich mit zu wenig überleben kann. Mir geht es genauso. Seit ich regelmäßig die Überlebenstrainings mache, brauche ich viel weniger Dinge im Leben. Ich habe viele Sachen weggeworfen oder verschenkt. Ich will einfach nicht mehr so viel Zeug haben. Also, Überlebenstrainings können helfen, die Wohnung aufzuräumen. Danke für deinen Anruf, Sophia. Neues erfahren, an die eigenen Grenzen gehen oder sich vom allzu bequemen Alltag befreien. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum Menschen extreme Erfahrungen suchen. Nach den Nachrichten wollen wir weiter darüber sprechen. Was sind eure Gründe? Welche extremen Erfahrungen habt ihr gemacht? Ruft an unter... Also, das ärgert mich wirklich. Was ist denn los, Heike? Manuel hat mir in der Mittagspause erzählt, dass er 3300 Euro brutto verdient. Ich verdiene gerade mal 2800. Das kann doch nicht sein! Wir haben den gleichen Job. Wir arbeiten beide in der gleichen Abteilung bei der Buchhaltung. Und trotzdem ist sein Gehalt deutlich höher als meins. Und das, obwohl ich schon länger in der Firma bin. Nein, das ist nicht gerecht. Leider ist es ja immer noch oft so, dass Frauen in der gleichen Position weniger verdienen als Männer. Und was kann ich da machen? Muss ich das akzeptieren? Ich bin eigentlich überzeugt davon, dass sie das nicht machen dürfen. An deiner Stelle würde ich mit den Kollegen vom Betriebsrat sprechen. Du solltest sie darum bitten, sich bei der Geschäftsführung zu beschweren. Hm, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Gibt es keine andere Möglichkeit? Ich bin darauf angewiesen, meine Stelle zu behalten. Was, wenn sie mich kündigen, wenn ich mich beschwere? Das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen dürfen sie dich nicht kündigen. Das ist gegen das Gesetz. Ich kann dir nur raten, es zu probieren. Naja, ich hab schon ein bisschen Angst davor, dass es Stress gibt. Aber wahrscheinlich hast du recht. Jonas, Gratulation zum Baby. Wie heißt er denn? Geht's allen gut? Danke, Doan. Er heißt Leo. Ja, Leo und Ulla sind gesund und munter. Natürlich bekommen wir gerade nicht besonders viel Schlaf. Na, dann freut sich Ulla sicher schon darauf, dass du bald in Elternzeit bist. Weißt du schon, wie lange du weg bist? Du, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt Elternzeit nehme. Oh, tatsächlich. Ich dachte, dass du dich auf die gemeinsame Zeit mit deiner Familie freust. Ja, klar. Ich würde sehr gern mindestens zwei oder drei Monate Elternzeit nehmen. Aber weißt du, in meiner Position als Abteilungsleiter wird das nicht gern gesehen. Echt? Auch heutzutage noch nicht? Das ist ja krass. Ich dachte, das ist mittlerweile total normal. Und nach dem Gesetz hast du ein Recht darauf. Naja, offiziell schon. Aber ich habe Verantwortung für ein großes Team und für viele Projekte. Deshalb ist die Geschäftsführung natürlich nicht begeistert davon, wenn ich weg bin. Ja gut, aber verbieten kann man es dir nicht. Wie wäre es, wenn du mal mit Enrique sprichst? Er ist doch auch Abteilungsleiter im Marketing. Er hat letztes Jahr Elternzeit genommen und ist jetzt gerade sogar befördert worden. Wenn du wirklich Elternzeit nehmen möchtest, würde ich ihn auf jeden Fall mal fragen, wie das bei ihm war. Ja, gute Idee. Das mache ich. Hallo Luisa. Na, wie geht's? Raphael, schön dich zu sehen. Naja, es geht so. Was ist denn los? Ach, ich komme gerade von meinem Forschungsseminar. Ich muss sagen, meine deutschen Kommilitonen gehen mir echt auf die Nerven. Und jetzt müssen wir auch noch für unser Forschungsprojekt in einer Gruppe zusammenarbeiten. Darauf habe ich gar keine Lust. Was ist denn das Problem? Ach, weisst du, ich finde die Arbeitsatmosphäre ist schlecht. Die Diskussionen sind super anstrengend. Ich glaube, wir haben einfach unterschiedliche Vorstellungen. In Zürich, an der Uni, arbeiten wir mehr im Team und entscheiden gemeinsam. Meine Kommilitonen hier wollen lieber unabhängig von der Gruppe arbeiten. Man trifft sich am Anfang nur einmal, teilt die Themen und Aufgaben untereinander auf und dann arbeitet jeder für sich. Und am Ende gibt es grosse Diskussionen, weil die Teile nicht zusammenpassen. Wie soll man denn so Antworten auf die Forschungsfragen finden? Ich würde mir mehr echte Zusammenarbeit und eine bessere Kommunikation wünschen. Ja, okay. Ich verstehe dich. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, das Problem mit ihnen zu besprechen? Ich meine, wenn du ihnen erklärst, was dich stört, dann könnt ihr sicher eine Lösung finden. Ich würde ihnen vielleicht einfach vorschlagen, dass ihr euch die Arbeit aufteilt und unabhängig arbeitet. Aber zwischendurch trefft ihr euch regelmäßig und besprecht eure Ergebnisse. Das wäre doch ein Kompromiss. Ach ja, du hast ja recht. Ich sollte mich nicht so ärgern. Danke. Das war gut, mit dir darüber zu sprechen. Komm, lass uns einen Kaffee in der Mensa zusammen trinken. Ja, gern. Guten Tag, Frau Professor Elden. Hat das Semester gut für Sie angefangen? Professor Hering, hallo. Ja, danke. Die Vorlesungen laufen gut. Und wie ist es bei Ihnen? Sind Sie mit Ihren Studierenden zufrieden? Leider nicht immer. Ich habe das Gefühl, dass die Diskussionen in den Seminaren langweiliger werden. Die Studenten sagen selten ihre Meinung. Eigentlich wiederholen sie nur, was ich gerade gesagt habe oder sagen das, wovon sie glauben, dass ich es hören will. Selbstständiges und kritisches Denken ist leider selten geworden. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Das stört mich auch. Ich habe das irgendwann einfach mal mit meinen Studierenden besprochen. Manchmal muss man deutlich machen, welche Erwartungen man an sie hat. Seitdem ist das besser. Vielleicht versuchen Sie das auch mal. Wissen Sie, was ich noch viel schlimmer finde? Wenn die Studierenden unaufmerksam sind und während der Vorlesung auf ihrem Smartphone tippen oder kommen und gehen, wann sie wollen. Dann habe ich den Eindruck, dass die Studierenden einfach kein Interesse am Thema haben. Also das ärgert mich. Und es ist auch respektlos. Ich bin doch kein Fernsehsender, wo man schnell mal wegschalten kann. Es wäre am besten, wenn die Teilnahme an den Vorlesungen Pflicht wäre. Ach ja, das Problem kenne ich auch. Ich gebe deshalb die Teilnahmeliste immer erst am Ende der Vorlesung aus. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn ich Sie wäre, würde ich das auch mal ausprobieren. Sehr gute Idee. Danke, Herr Kollege. An deiner Stelle würde ich mit den Kollegen vom Betriebsrat sprechen. Wenn ich Sie wäre, würde ich das auch mal ausprobieren. Ich kann dir nur raten, es zu probieren. Ich würde Ihnen vielleicht einfach vorschlagen, dass ihr euch die Arbeit aufteilt. Wie wäre es, wenn du mal mit deinem Kollegen sprichst? Wenn du wirklich Elternzeit nehmen möchtest, würde ich ihn auf jeden Fall mal fragen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, das Problem zu besprechen? Hallo. Na, wie geht's? Also, das eine ist die Uni. Ich weiß immer noch nicht, wie und wo ich mich als Studierender an der Uni anmelden kann. Also, welche Dokumente ich brauche und bis wann die Anmeldetermine sind und so. Die Internetseite der Uni ist leider ziemlich kompliziert. Ich hoffe, ihr könnt mir das erklären. Und dann habe ich auch ein bisschen Angst davor, dass ich in den Vorlesungen nicht alles verstehe. Im Masterstudium ist ja fast alles auf Deutsch. Habt ihr da einen Tipp für mich? Also, wie ich die Vorlesungen besser verstehen kann und auch wie ich allgemein mein Deutsch verbessern kann. Ein anderes Thema ist das Geld. Das macht mir auch noch ein bisschen Sorgen. Die Schweiz ist ja so teuer. Wisst ihr, ob es vielleicht an der Uni Stipendien oder andere finanzielle Hilfen für ausländische Studierende gibt? Ach so, und natürlich freue ich mich auch über ein paar Tipps zu coolen Partys. Oh je, das ist jetzt doch ganz schön viel geworden. Sorry für die lange Nachricht und danke schon mal für eure Hilfe. Und hier ist wieder euer Uniradio Zürich. Uns haben ein paar Mails erreicht mit Fragen, die wir gern beantworten wollen. Fangen wir an. Brian schickt uns folgende Frage. Hey, liebes Uniradio. Ich habe gerade meine Zusage für ein Studium an der Uni Zürich bekommen und muss jetzt eine Wohnung oder ein Zimmer suchen. Könnt ihr mir ein Studentenwohnheim empfehlen? Also Brian, die Uni Zürich hat keine eigenen Studentenwohnheime. Aber es gibt eine Website von der Uni Zimmervermittlung. Und wenn du eine möblierte Mietwohnung oder ein WG-Zimmer in Zürich suchst, empfehle ich dir, mal auf der Internetseite von Nestpik zu schauen. Viel Glück bei der Suche, Brian! Hier eine andere E-Mail. Ascha hat geschrieben, mein Deutsch ist noch nicht so gut und jetzt habe ich Angst, dass ich in den Vorlesungen gar nichts verstehe. Habt ihr Tipps für mich? Na klar. So wie dir geht es sicher vielen ausländischen Studis. Wie wäre es denn, wenn du die Vorlesung einfach mit deinem Smartphone aufnimmst und Fotos von der Tafel machst? Dann kannst du dir die Vorlesung später wieder anhören und anschauen. Und wenn du etwas nicht verstanden hast, hörst du die Stelle einfach öfter und drückst zwischendurch auf Pause. Aber bitte vergiss nicht, vorher deine Profs zu fragen, ob das okay ist. Wir haben auch wieder viele E-Mails bekommen, in denen ihr nach günstigen Essensmöglichkeiten gefragt habt. Also, die Uni-Mensa können wir sehr empfehlen. Das Essen ist lecker und nicht besonders teuer. Und wenn ihr mal Lust auf etwas anderes habt, geht doch ins Café Vanilla. In dem kleinen Bistro neben dem Campus findet man Essen für jeden Geschmack, auch vegan und vegetarisch. Und günstig ist es auch noch. Und ihr trefft garantiert ein paar nette Kommilitonen. Apropos Leute treffen. Wir haben noch ein paar extra Tipps für alle, die neu nach Zürich gekommen sind und Lust auf neue Bekanntschaften haben. Bei Facebook gibt es die Gruppe Neu in Zürich. Dort könnt ihr anderen Leuten einfach schreiben und euch verabreden. So, und hier noch die letzte Frage, die uns auch immer wieder erreicht. Wo kann man in Zürich gut feiern gehen? Da haben wir in Zürich jede Menge tolle Orte. Wenn ihr gerne Rockmusik hört und nicht so viel für die Getränke bezahlen wollt, dann geht in den Uhlenspiegel. Die Atmosphäre ist super. Es gibt gute Musik und günstige Drinks. Und montags immer Live-Konzerte. Für diejenigen unter euch, die es etwas eleganter mögen, empfehlen wir euch das Admiral's Palace. Eine grosse Disco, wo auch mal berühmte DJs auflegen. David Guetta war sogar mal da. Es ist nicht günstig, aber es lohnt sich mal, es gesehen zu haben. So, und jetzt erst mal ein bisschen Musik. Willkommen zu unserer Radiosendung Tech Talk. Mal eben E-Mails checken. Das Handy nach dem Wetter fragen und nebenbei noch schnell die neuesten Nachrichten auf Twitter lesen. Wahrscheinlich benutzen Sie im Alltag ständig digitale Medien. Aber haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie die Digitalisierung unserer Gesellschaft und insbesondere die Arbeitswelt verändert? Genau das ist heute unser Thema. Dazu haben wir zwei Experten eingeladen. Im Studio darf ich Frau Prof. Dr. Katharina Schüssler von der Universität Mannheim und Herrn Markus Braun vom Max-Planck-Institut in München begrüßen. Beide beschäftigen sich mit dem Einfluss der Digitalisierung auf unsere Gesellschaft. Guten Tag, Frau Schüssler. Guten Tag, Herr Braun. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Schön, hier zu sein. Frau Schüssler, was glauben Sie? Wirkt sich die Digitalisierung positiv auf die Gesellschaft aus oder sind Sie skeptisch? Aus meiner Sicht ist die Digitalisierung etwas sehr Positives, wenn ich nur daran denke, wie schnell sich die Technologie in den letzten Jahren entwickelt hat. Das wohl spannendste Gebiet ist die künstliche Intelligenz, kurz KI. Die Entwicklung läuft rasend schnell und schon heute können uns intelligente Computer viel Arbeit abnehmen. Viele von uns benutzen zum Beispiel die Spracherkennung in ihrem Smartphone und lassen Siri oder Alexa im Internet recherchieren, ihre E-Mails schreiben oder Termine eintragen. Wenn wir digitale Technik sinnvoll nutzen, können wir also viel Zeit sparen, die wir dann für wirklich wichtige Sachen im Leben wie die Familie oder Freunde oder Hobbys haben. Ein anderes Argument für die Digitalisierung ist, dass immer mehr Menschen aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Zum Beispiel bekommen Menschen mit Behinderung mit der Technik neue Möglichkeiten. In Italien wurde eine App entwickelt, mit der Gehörlose ohne fremde Hilfe telefonieren können. Das klingt fantastisch. Herr Braun, sehen Sie das ähnlich? Teilweise. Einerseits ist es ganz hervorragend zu sehen, wie die Digitalisierung uns Menschen unterstützen kann. Andererseits gibt es auch Dinge, die wir bei der Weiterentwicklung der Technik und besonders der künstlichen Intelligenzen kritisch sehen müssen. Ein Beispiel? Wir alle kennen es. Wenn wir mit dem Kundenservice unserer Bank oder unseres Internetanbieters telefonieren, sprechen wir oft nicht mehr mit echten Menschen, sondern mit einem Computer. Manchmal versteht der automatische Kundenservice aber nicht, was wir sagen und wir müssen unsere Frage mehrmals wiederholen. Das nervt. Und am Ende haben wir vielleicht immer noch keine Antwort bekommen. Mittlerweile ist die Technik schon so weit, dass die künstliche Intelligenz wie ein echter Mensch klingt. Man weiß dann nicht, telefoniere ich mit einem Menschen oder mit einer Maschine. Und warum ist das ein Problem? Ein Computer kann effizienter arbeiten und ist wahrscheinlich auch geduldiger als ein gestresster Mitarbeiter im Kundenservice, oder? Meiner Meinung nach ist das ein Problem, weil es unehrlich und unpersönlich ist. Aber ja, teilweise haben Sie recht. In bestimmten Bereichen kann ein Computer effizienter arbeiten als ein Mensch. Ein gutes Beispiel ist der Einsatz von Maschinen in Krankenhäusern oder Altenheimen. Dort werden manchmal Roboter eingesetzt, die sich um die alten Menschen kümmern. Die Roboter unterhalten sich mit den Bewohnern des Altenheims, spielen oder machen sogar Sportübungen mit ihnen. Aber einen echten Austausch mit einer realen Person kann der Roboter nicht ersetzen. Wenn sich ab jetzt nur noch Roboter um die alten Leute kümmern, wäre das doch ganz schön traurig. Ich teile Ihre Meinung nicht. Roboter können dem Pflegepersonal schwere Arbeiten abnehmen. Sie sollen die Menschen aber natürlich nicht ersetzen. Menschliche Pfleger und Pflegerinnen haben oft gar keine Zeit für Gespräche oder Spiele. Da ist doch ein Roboter eine willkommene Hilfe. Menschen werden müde, können nicht ständig arbeiten. Da sind Maschinen im Vorteil. Es gibt Dinge, die Menschen einfach besser können als Maschinen. Menschen haben Gefühle und können Empathie fühlen. Das können Maschinen nicht. Und es besteht immer auch die Gefahr, dass Maschinen Fehler machen. Eine US-amerikanische Studie hat zum Beispiel gezeigt, dass künstliche Intelligenz und Algorithmen Menschen diskriminieren können. Wie das? Zum Beispiel bei der Jobsuche. Es gibt Webseiten, die den Internetbenutzern automatisch für sie passende Stellenanzeigen anzeigen. Das berechnen Algorithmen im Hintergrund. Das Problem ist, dass zum Beispiel Frauen oft schlechter bezahlte Jobs angeboten werden als Männern. Sie haben Recht. Das ist ein Problem. Aber das ist kein Fehler der Maschine. Denn die Maschine wird von Menschen programmiert. Frau Schüssler, müssen wir eigentlich Angst davor haben, dass wir Menschen bald alle arbeitslos sein werden, weil Maschinen und Roboter uns die Arbeitsplätze wegnehmen? Natürlich verändert sich Arbeit durch Digitalisierung. Aber das ist auch gut so. Körperlich anstrengende und langweilige Arbeit kann durch Roboter und Maschinen erledigt werden. Und auch in anderen Bereichen können Computer Arbeit übernehmen, weil sie große Mengen an Daten besser und schneller analysieren können. Und es gehen nicht nur Arbeitsplätze verloren. Durch die Digitalisierung entstehen auch neue Arbeitsplätze. Ich sehe diese Veränderungen weniger positiv. Denn für diese neuen Arbeitsplätze brauchen wir Menschen mit Expertenwissen, um die komplexen technischen Prozesse zu verstehen. Junge digitale Fachkräfte werden überall gebraucht und können es sich leisten, sich ihren Arbeitgeber auszusuchen. Doch es gibt noch zu wenige. Woher sollen die vielen neuen digitalen Fachkräfte so schnell kommen? Für viele Mitarbeiter hat sich die Arbeit in den letzten Jahren verändert. Sie fühlen sich von der Digitalisierung überfordert. Und vor allem für Menschen mit einem niedrigen Schulabschluss gibt es immer weniger Jobs. Das ist wirklich ein sehr interessantes Thema. Bevor wir weiter diskutieren, wollen wir hören, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu zu sagen haben und welche Fragen sie an unsere Experten haben. Wer ist bei mir in der Leitung? Danach hat sie mich in Ruhe gelassen. Die Leute haben mich einmal gesehen und haben sofort irgendeine Vorstellung im Kopf. Ich habe schon immer gerne solche Musik gehört. Ich habe mir vor kurzem ein neues Piercing machen lassen. Der Kollege der anderen Firma hat mich hereinkommen sehen und dachte zuerst, dass ich die Assistentin bin. Als er mich so hat reden hören, war er sehr überrascht. An seine Grenzen gehen und extreme Erfahrungen machen. Das ist heutzutage ein großer Trend. Aber warum tun wir das? Warum lieben wir die Gefahr und das Risiko? Das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Nachgefragt am Nachmittag. Unser erster Anrufer, der uns etwas über seine Extremerfahrungen erzählen wird, ist Valentin. Valentin, du machst mit deinen Freunden jedes Jahr bei einem extremen Hindernislauf mit. Mich erinnert das irgendwie an den Sportunterricht in der Schule. Was ist daran extrem? Der Lauf ist anstrengender, als man im ersten Moment denkt. Man läuft 13 Kilometer und muss es dabei über 25 Hindernisse schaffen. Zum Beispiel an einem Seil hochklettern oder durch einen eiskalten Fluss schwimmen. Aber eigentlich geht es viel mehr um die Gruppe, um den Spaß im Team. Wir wollen gemeinsam ans Ziel kommen. Das ist das Wichtigste für mich bei diesem Sport. Deshalb mache ich das. Okay, das klingt doch extremer als Sportunterricht. Hat sich durch dein Hobby eigentlich auch dein Alltag verändert? Gute Frage. Naja, ich bin natürlich insgesamt fitter. Ich gehe öfter zu Fuß und nehme seltener den Fahrstuhl oder den Bus. Und durch meine Erfahrungen beim Hindernislauf habe ich gelernt, allgemein besser im Team zu arbeiten. Ich denke, ich bin teamfähiger geworden. Das merke ich auf der Arbeit. Danke, Valentin. Jetzt sprechen wir mit Özlem. Sie ist Ärztin in einem Bielefelder Krankenhaus und kennt die Gefahren, die extreme Sportarten mit sich bringen können, aus dem Beruf. Sie behandelt täglich Sportverletzungen und Knochenbrüche. Özlem, du selbst gehst gern Bergsteigen. Warum macht ausgerechnet eine Ärztin so eine gefährliche Sportart? Aus meiner beruflichen Erfahrung weiß ich, dass die meisten Unfälle im Haushalt oder mit dem Auto passieren, also bei ganz alltäglichen Situationen. Natürlich geht man beim Bergsteigen auch ein Risiko ein. Aber wenn man richtig vorbereitet ist, ist das Bergsteigen sicherer als viele denken. Und es ist einfach super schön. Es gibt nichts anderes mehr als den Berg und dich. Du denkst nur noch daran, wohin du deine Hand oder deinen Fuß setzt. Der Kopf ist völlig frei von den alltäglichen Sorgen. Für mich ist es nicht so sehr das Risiko, das mich motiviert. Es ist vor allem dieses Gefühl von absoluter Freiheit. Ich liebe dieses Gefühl. Und wenn ich nach einem Kurzurlaub in den Bergen zurück ins Krankenhaus komme, bin ich konzentrierter und habe mehr Energie bei der Arbeit. Das kann ich mir gut vorstellen. Danke Özlem und viel Spaß in den Bergen. Es gibt auch Menschen, die sich freiwillig mit einem Seil am Fuss von einer Brücke stürzen. Wir sprechen mit Oliver, Angestellter bei einer grossen Bank. Er macht seit mehr als zehn Jahren begeistert Bungee Jumping. Oliver, was ist dein Grund? Das Risiko oder das Gefühl von Freiheit? Es ist beides. Beim ersten Mal hatte ich viel mehr Angst, als ich dachte. Aber dann bin ich gesprungen. Einfach ins Leere. Auch danach war ich noch mindestens eine halbe Stunde super aufgeregt. Mein Herz ging schnell und meine Knie zitterten. Aber der Kick und das Freiheitsgefühl waren wunderbar. Ich hätte nicht gedacht, dass es sich so intensiv anfühlt. Seitdem springe ich regelmässig. Und würdest du auch sagen, dass dein extremes Hobby positive Folgen für deinen Alltag hat? Auf jeden Fall. Ich denke, ich bin insgesamt ruhiger und weniger nervös. Ich mache mir nicht mehr so viele Sorgen. Ich glaube, wenn man in seiner Freizeit öfter mal ein Risiko eingeht, fühlt man sich allgemein im Leben sicherer und hat weniger Angst. Ich kann das nur empfehlen. Vielleicht hast du recht, Oliver. Aber wir sind sicher nicht alle mutig genug, um uns an einem Seil aus einem Flugzeug oder von einer Brücke ins Leere zu stürzen. Das muss aber auch nicht sein. Extreme Erfahrungen kann man auch machen, wenn man ein paar Tage in den Wald geht und einfach nichts mitnimmt. Sophia, du bist Coach und Pädagogin und bietest Überlebenstrainings im Wald und in den Bergen an. Wie können wir uns so einen Kurs vorstellen? Was passiert da? Hallo. In den Kursen geht es vor allem darum, Fähigkeiten zum Überleben in der Natur zu entwickeln. Das können die meisten von uns gar nicht mehr. Also zum Beispiel, wie man Feuer macht, wie man ohne GPS und Google Maps den Weg findet oder wie man sich aus dem, was es im Wald gibt, einen Schlafplatz und Schutz vor Regen baut. Und wer nimmt an diesen Kursen teil? Stimmt das Stereotyp von den gestressten Managern, die im Wald an ihre Grenzen gehen wollen? Ja, tatsächlich. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer sind im Beruf Geschäftsführer oder in hohen Managerpositionen. Aber auch andere Menschen machen mit. Leute, die einfach mal ein Abenteuer erleben wollen. Manche glauben, dass sie maximal einen Tag im Wald leben können. Aber dann schaffen sie es doch länger und nach drei Tagen haben sich die meisten an das einfache Leben gewöhnt. Ich finde, das Schönste ist, dass wir im Wald merken, wie langsam das Leben sein kann. Wir fühlen uns oft freier, ohne die vielen Dinge, die wir im Alltag besitzen. Viele sagen nach dem Kurs, ich hätte nicht erwartet, dass ich mit zu wenig überleben kann. Mir geht es genauso. Seit ich regelmäßig die Überlebenstrainings mache, brauche ich viel weniger Dinge im Leben. Ich habe viele Sachen weggeworfen oder verschenkt. Ich will einfach nicht mehr so viel Zeug haben. Also, Überlebenstrainings können helfen, die Wohnung aufzuräumen. Danke für deinen Anruf, Sophia. Neues erfahren, an die eigenen Grenzen gehen oder sich vom allzu bequemen Alltag befreien. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum Menschen extreme Erfahrungen suchen. Nach den Nachrichten wollen wir weiter darüber sprechen. Was sind eure Gründe? Welche extremen Erfahrungen habt ihr gemacht? Ruft an unter... Also, das ärgert mich wirklich. Was ist denn los, Heike? Manuel hat mir in der Mittagspause erzählt, dass er 3300 Euro brutto verdient. Ich verdiene gerade mal 2800. Das kann doch nicht sein! Wir haben den gleichen Job. Wir arbeiten beide in der gleichen Abteilung bei der Buchhaltung. Und trotzdem ist sein Gehalt deutlich höher als meins. Und das, obwohl ich schon länger in der Firma bin. Nein, das ist nicht gerecht. Leider ist es ja immer noch oft so, dass Frauen in der gleichen Position weniger verdienen als Männer. Und was kann ich da machen? Muss ich das akzeptieren? Ich bin eigentlich überzeugt davon, dass sie das nicht machen dürfen. An deiner Stelle würde ich mit den Kollegen vom Betriebsrat sprechen. Du solltest sie darum bitten, sich bei der Geschäftsführung zu beschweren. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Gibt es keine andere Möglichkeit? Ich bin darauf angewiesen, meine Stelle zu behalten. Was, wenn sie mich kündigen, wenn ich mich beschwere? Das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen dürfen sie dich nicht kündigen. Das ist gegen das Gesetz. Ich kann dir nur raten, es zu probieren. Na ja, ich habe schon ein bisschen Angst davor, dass es Stress gibt. Aber wahrscheinlich hast du recht. Jonas, Gratulation zum Baby. Wie heißt er denn? Geht's allen gut? Danke, Doan. Er heißt Leo. Ja, Leo und Ulla sind gesund und munter. Natürlich bekommen wir gerade nicht besonders viel Schlaf. Na, dann freut sich Ulla sicher schon darauf, dass du bald in Elternzeit bist. Weißt du schon, wie lange du weg bist? Du, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt Elternzeit nehme. Oh, tatsächlich. Ich dachte, dass du dich auf die gemeinsame Zeit mit deiner Familie freust. Ja, klar. Ich würde sehr gern mindestens zwei oder drei Monate Elternzeit nehmen. Aber weißt du, in meiner Position als Abteilungsleiter wird das nicht gern gesehen. Echt? Auch heutzutage noch nicht? Das ist ja krass. Ich dachte, das ist mittlerweile total normal. Und nach dem Gesetz hast du ein Recht darauf. Na ja, offiziell schon. Aber ich habe Verantwortung für ein großes Team und für viele Projekte. Deshalb ist die Geschäftsführung natürlich nicht begeistert davon, wenn ich weg bin. Ja gut, aber verbieten kann man es dir nicht. Wie wäre es, wenn du mal mit Enrique sprichst? Er ist doch auch Abteilungsleiter im Marketing. Er hat letztes Jahr Elternzeit genommen und ist jetzt gerade sogar befördert worden. Wenn du wirklich Elternzeit nehmen möchtest, würde ich ihn auf jeden Fall mal fragen, wie das bei ihm war. Ja, gute Idee. Das mache ich. Hallo Luisa. Na, wie geht's? Raphael, schön dich zu sehen. Na ja, es geht so. Was ist denn los? Ach, ich komme gerade von meinem Forschungsseminar. Ich muss sagen, meine deutschen Kommilitonen gehen mir echt auf die Nerven. Und jetzt müssen wir auch noch für unser Forschungsprojekt in einer Gruppe zusammenarbeiten. Darauf habe ich gar keine Lust. Was ist denn das Problem? Ach, weisst du, ich finde die Arbeitsatmosphäre ist schlecht. Die Diskussionen sind super anstrengend. Ich glaube, wir haben einfach unterschiedliche Vorstellungen. In Zürich, an der Uni, arbeiten wir mehr im Team und entscheiden gemeinsam. Meine Kommilitonen hier wollen lieber unabhängig von der Gruppe arbeiten. Man trifft sich am Anfang nur einmal, teilt die Themen und Aufgaben untereinander auf und dann arbeitet jeder für sich. Und am Ende gibt es grosse Diskussionen. Weil die Teile nicht zusammenpassen. Wie soll man denn so Antworten auf die Forschungsfragen finden? Ich würde mir mehr echte Zusammenarbeit und eine bessere Kommunikation wünschen. Ja, okay. Ich verstehe dich. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, das Problem mit ihnen zu besprechen? Ich meine, wenn du ihnen erklärst, was dich stört, dann könnt ihr sicher eine Lösung finden. Ich würde ihnen vielleicht einfach vorschlagen, dass ihr euch die Arbeit aufteilt und unabhängig arbeitet. Aber zwischendurch trefft ihr euch regelmässig und besprecht eure Ergebnisse. Das wäre doch ein Kompromiss. Ach ja, du hast ja recht. Ich sollte mich nicht so ärgern. Danke. Das war gut, mit dir darüber zu sprechen. Komm, lass uns einen Kaffee in der Mensa zusammen trinken. Ja, gern. Guten Tag, Frau Professor Elden. Hat das Semester gut für Sie angefangen? Professor Hering, hallo. Ja, danke. Die Vorlesungen laufen gut. Und wie ist es bei Ihnen? Sind Sie mit Ihren Studierenden zufrieden? Leider nicht immer. Ich habe das Gefühl, dass die Diskussionen in den Seminaren langweiliger werden. Die Studenten sagen selten ihre Meinung. Eigentlich wiederholen sie nur, was ich gerade gesagt habe, oder sagen das, wovon sie glauben, dass ich es hören will. Selbstständiges und kritisches Denken ist leider selten geworden. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Das stört mich auch. Ich habe das irgendwann einfach mal mit meinen Studierenden besprochen. Manchmal muss man deutlich machen, welche Erwartungen man an sie hat. Seitdem ist das besser. Vielleicht versuchen Sie das auch mal. Wissen Sie, was ich noch viel schlimmer finde? Wenn die Studierenden unaufmerksam sind und während der Vorlesung auf ihrem Smartphone tippen oder kommen und gehen, wann sie wollen. Dann habe ich den Eindruck, dass die Studierenden einfach kein Interesse am Thema haben. Also das ärgert mich. Und es ist auch respektlos. Ich bin doch kein Fernsehsender, wo man schnell mal wegschalten kann. Es wäre am besten, wenn die Teilnahme an den Vorlesungen Pflicht wäre. Ach ja, das Problem kenne ich auch. Ich gebe deshalb die Teilnahmeliste immer erst am Ende der Vorlesung aus. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn ich Sie wäre, würde ich das auch mal ausprobieren. Sehr gute Idee. Danke, Herr Kollege. An deiner Stelle würde ich mit den Kollegen vom Betriebsrat sprechen. Wenn ich Sie wäre, würde ich das auch mal ausprobieren. Ich kann dir nur raten, es zu probieren. Ich würde Ihnen vielleicht einfach vorschlagen, dass ihr euch die Arbeit aufteilt. Wie wäre es, wenn du mal mit deinem Kollegen sprichst? Wenn du wirklich Elternzeit nehmen möchtest, würde ich ihn auf jeden Fall mal fragen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, das Problem zu besprechen? Hallo. Na, wie geht's? Ich wollte mich mal wieder melden. Mein Auslandssemester fängt ja bald an und in einem Monat bin ich schon in Zürich. Zum Glück habe ich schon ein WG-Zimmer gefunden. Wenigstens die Wohnungssuche ist also vorbei. Aber ich muss immer noch so viel organisieren und ich habe noch ein paar Fragen. Ihr kennt euch in der Schweiz ja schon ein bisschen besser aus als ich. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Also, das eine ist die Uni. Ich weiß immer noch nicht, wie und wo ich mich als Studierender an der Uni anmelden kann. Also, welche Dokumente ich brauche und bis wann die Anmeldetermine sind und so. Die Internetseite der Uni ist leider ziemlich kompliziert. Ich hoffe, ihr könnt mir das erklären. Und dann habe ich auch ein bisschen Angst davor, dass ich in den Vorlesungen nicht alles verstehe. Im Masterstudium ist ja fast alles auf Deutsch. Habt ihr da einen Tipp für mich? Also, wie ich die Vorlesungen besser verstehen kann und auch wie ich allgemein mein Deutsch verbessern kann. Ein anderes Thema ist das Geld. Das macht mir auch noch ein bisschen Sorgen. Die Schweiz ist ja so teuer. Wisst ihr, ob es vielleicht an der Uni Stipendien oder andere finanzielle Hilfen für ausländische Studierende gibt? Ach so, und natürlich freue ich mich auch über ein paar Tipps zu coolen Partys. Oh je, das ist jetzt doch ganz schön viel geworden. Sorry für die lange Nachricht und danke schon mal für eure Hilfe. Und hier ist wieder euer Uniradio Zürich. Uns haben ein paar Mails erreicht mit Fragen, die wir gern beantworten wollen. Fangen wir an. Brian schickt uns folgende Frage. Hey, liebes Uniradio, ich habe gerade meine Zusage für ein Studium an der Uni Zürich bekommen und muss jetzt eine Wohnung oder ein Zimmer suchen. Könnt ihr mir ein Studentenwohnheim empfehlen? Also Brian, die Uni Zürich hat keine eigenen Studentenwohnheime. Aber es gibt eine Website von der Uni Zimmervermittlung. Und wenn du eine möblierte Mietwohnung oder ein WG-Zimmer in Zürich suchst, empfehle ich dir, mal auf der Internetseite von Nestpik zu schauen. Viel Glück bei der Suche, Brian. Hier eine andere E-Mail. Ascha hat geschrieben, mein Deutsch ist noch nicht so gut und jetzt habe ich Angst, dass ich in den Vorlesungen gar nichts verstehe. Habt ihr Tipps für mich? Na klar. So wie dir geht es sicher vielen ausländischen Studis. Wie wäre es denn, wenn du die Vorlesung einfach mit deinem Smartphone aufnimmst und Fotos von der Tafel machst? Dann kannst du dir die Vorlesung später wieder anhören und anschauen. Und wenn du etwas nicht verstanden hast, hörst du die Stelle einfach öfter und drückst zwischendurch auf Pause. Aber bitte vergiss nicht, vorher deine Profs zu fragen, ob das okay ist. Wir haben auch wieder viele E-Mails bekommen, in denen ihr nach günstigen Essensmöglichkeiten gefragt habt. Also, die Uni-Mensa können wir sehr empfehlen. Das Essen ist lecker und nicht besonders teuer. Und wenn ihr mal Lust auf etwas anderes habt, geht doch ins Café Vanilla. In dem kleinen Bistro neben dem Campus findet man Essen für jeden Geschmack, auch vegan und vegetarisch. Und günstig ist es auch noch. Und ihr trefft garantiert ein paar nette Kommilitonen. Apropos Leute treffen. Wir haben noch ein paar extra Tipps für alle, die neu nach Zürich gekommen sind und Lust auf neue Bekanntschaften haben. Bei Facebook gibt es die Gruppe «Neu in Zürich». Dort könnt ihr anderen Leuten einfach schreiben und euch verabreden. So, und hier noch die letzte Frage, die uns auch immer wieder erreicht. Wo kann man in Zürich gut feiern gehen? Da haben wir in Zürich jede Menge tolle Orte. Wenn ihr gerne Rockmusik hört und nicht so viel für die Getränke bezahlen wollt, dann geht in den Uhlenspiegel. Die Atmosphäre ist super. Es gibt gute Musik und günstige Drinks. Und montags immer Live-Konzerte. Für diejenigen unter euch, die es etwas eleganter mögen, empfehlen wir euch das «Admiral's Palace». Eine grosse Disco, wo auch mal berühmte DJs auflegen. David Guetta war sogar mal da. Es ist nicht günstig, aber es lohnt sich mal, es gesehen zu haben. So, und jetzt erst mal ein bisschen Musik. Willkommen zu unserer Radiosendung Tech Talk. Mal eben E-Mails checken, das Handy nach dem Wetter fragen und nebenbei noch schnell die neuesten Nachrichten auf Twitter lesen. Wahrscheinlich benutzen Sie im Alltag ständig digitale Medien. Aber haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie die Digitalisierung unserer Gesellschaft und insbesondere die Arbeitswelt verändert? Genau das ist heute unser Thema. Dazu haben wir zwei Experten eingeladen. Im Studio darf ich Frau Prof. Dr. Katharina Schüssler von der Universität Mannheim und Herrn Markus Braun vom Max-Planck-Institut in München begrüßen. Beide beschäftigen sich mit dem Einfluss der Digitalisierung auf unsere Gesellschaft. Guten Tag, Frau Schüssler. Guten Tag, Herr Braun. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Schön, hier zu sein. Frau Schüssler, was glauben Sie? Wirkt sich die Digitalisierung positiv auf die Gesellschaft aus oder sind Sie skeptisch? Aus meiner Sicht ist die Digitalisierung etwas sehr Positives, wenn ich nur daran denke, wie schnell sich die Technologie in den letzten Jahren entwickelt hat. Das wohl spannendste Gebiet ist die künstliche Intelligenz, kurz KI. Die Entwicklung läuft rasend schnell und schon heute können uns intelligente Computer viel Arbeit abnehmen. Viele von uns benutzen zum Beispiel die Spracherkennung in ihrem Smartphone und lassen Siri oder Alexa im Internet recherchieren, ihre E-Mails schreiben oder Termine eintragen. Wenn wir digitale Technik sinnvoll nutzen, können wir also viel Zeit sparen, die wir dann für wirklich wichtige Sachen im Leben wie die Familie oder Freunde oder Hobbys haben. Ein anderes Argument für die Digitalisierung ist, dass immer mehr Menschen aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Zum Beispiel bekommen Menschen mit Behinderung mit der Technik neue Möglichkeiten. In Italien wurde eine App entwickelt, mit der Gehörlose ohne fremde Hilfe telefonieren können. Das klingt fantastisch. Herr Braun, sehen Sie das ähnlich? Teilweise. Einerseits ist es ganz hervorragend zu sehen, wie die Digitalisierung uns Menschen unterstützen kann. Andererseits gibt es auch Dinge, die wir bei der Weiterentwicklung der Technik und besonders der künstlichen Intelligenzen kritisch sehen müssen. Ein Beispiel? Wir alle kennen es. Wenn wir mit dem Kundenservice unserer Bank oder unseres Internetanbieters telefonieren, sprechen wir oft nicht mehr mit echten Menschen, sondern mit einem Computer. Manchmal versteht der automatische Kundenservice aber nicht, was wir sagen und wir müssen unsere Frage mehrmals wiederholen. Das nervt. Und am Ende haben wir vielleicht immer noch keine Antwort bekommen. Mittlerweile ist die Technik schon so weit, dass die künstliche Intelligenz wie ein echter Mensch klingt. Man weiß dann nicht, telefoniere ich mit einem Menschen oder mit einer Maschine? Und warum ist das ein Problem? Ein Computer kann effizienter arbeiten und ist wahrscheinlich auch geduldiger als ein gestresster Mitarbeiter im Kundenservice, oder? Meiner Meinung nach ist das ein Problem, weil es unehrlich und unpersönlich ist. Aber ja, teilweise haben Sie recht. In bestimmten Bereichen kann ein Computer effizienter arbeiten als ein Mensch. Ein gutes Beispiel ist der Einsatz von Maschinen in Krankenhäusern oder Altenheimen. Dort werden manchmal Roboter eingesetzt, die sich um die alten Menschen kümmern. Die Roboter unterhalten sich mit den Bewohnern des Altenheims, spielen oder machen sogar Sportübungen mit ihnen. Aber einen echten Austausch mit einer realen Person kann der Roboter nicht ersetzen. Wenn sich ab jetzt nur noch Roboter um die alten Leute kümmern, wäre das doch ganz schön traurig. Ich teile Ihre Meinung nicht. Roboter können dem Pflegepersonal schwere Arbeiten abnehmen. Sie sollen die Menschen aber natürlich nicht ersetzen. Menschliche Pfleger und Pflegerinnen haben oft gar keine Zeit für Gespräche oder Spiele. Da ist doch ein Roboter eine willkommene Hilfe. Menschen werden müde, können nicht ständig arbeiten. Da sind Maschinen im Vorteil. Es gibt Dinge, die Menschen einfach besser können als Maschinen. Menschen haben Gefühle und können Empathie fühlen. Das können Maschinen nicht. Und es besteht immer auch die Gefahr, dass Maschinen Fehler machen. Eine US-amerikanische Studie hat zum Beispiel gezeigt, dass künstliche Intelligenz und Algorithmen Menschen diskriminieren können. Wie das? Zum Beispiel bei der Jobsuche. Es gibt Webseiten, die den Internetbenutzern automatisch für sie passende Stellenanzeigen anzeigen. Das berechnen Algorithmen im Hintergrund. Das Problem ist, dass zum Beispiel Frauen oft schlechter bezahlte Jobs angeboten werden als Männern. Sie haben Recht. Das ist ein Problem. Aber das ist kein Fehler der Maschine. Denn die Maschine wird von Menschen programmiert. Frau Schüssler, müssen wir eigentlich Angst davor haben, dass wir Menschen bald alle arbeitslos sein werden, weil Maschinen und Roboter uns die Arbeitsplätze wegnehmen? Natürlich verändert sich Arbeit durch Digitalisierung. Aber das ist auch gut so. Körperlich anstrengende und langweilige Arbeit kann durch Roboter und Maschinen erledigt werden. Und auch in anderen Bereichen können Computer Arbeit übernehmen, weil sie große Mengen an Daten besser und schneller analysieren können. Und es gehen nicht nur Arbeitsplätze verloren. Durch die Digitalisierung entstehen auch neue Arbeitsplätze. Ich sehe diese Veränderungen weniger positiv. Denn für diese neuen Arbeitsplätze brauchen wir Menschen mit Expertenwissen, um die komplexen technischen Prozesse zu verstehen. Junge digitale Fachkräfte werden überall gebraucht und können es sich leisten, sich ihren Arbeitgeber auszusuchen. Doch es gibt noch zu wenige. Woher sollen die vielen neuen digitalen Fachkräfte so schnell kommen? Für viele Mitarbeiter hat sich die Arbeit in den letzten Jahren verändert. Sie fühlen sich von der Digitalisierung überfordert. Und vor allem für Menschen mit einem niedrigen Schulabschluss gibt es immer weniger Jobs. Das ist wirklich ein sehr interessantes Thema. Bevor wir weiter diskutieren, wollen wir hören, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu zu sagen haben und welche Fragen sie an unsere Experten haben. Wer ist bei mir in der Leitung? Vor allem für die Leistung! Wir gehen hier wieder an. Wenn Sie sich nennen, aber stehen für die Leistung, Untertitelung des ZDF, 2020